Diese Vorbereitungen, die wir treffen konnten, bevor der deutsche Faschismus in die deutschen Gebiete der Tschechoslowakei einmarschierte, die waren relevant geworden, nachdem der deutsche Faschismus 1934 den österreichischen Klerikofaschismus beseitigte, durch das NATO-Regime ersetzte und als man das Großdeutsche Reich ausrief, das war am 12. und am 13. März 1938, seit dieser Zeit wussten wir, das nächste Opfer wird die Tschechoslowakei sein, das letzte demokratische Bollwerk in Mitteleuropa. Das heißt, wir hatten vom März 1938 bis zum Münchner Abkommen am 29. September 1938 ausreichende Gelegenheit, uns auf die illegale Arbeit, auf den antifaschistischen Kampf vorzubereiten. Das unterschied den antifaschistischen Kampf in den deutschen Gebieten der Tschechoslowakei, was man heute Sudetenland nennt, vom Kampf der deutschen und der österreichischen Antifaschisten, die diese Erfahrungen und diese Vorbereitungszeit nicht hatten. Insofern war die Effektivität unseres Kampfes größer. Es gab nämlich keine Parteiverpflichtung zum Widerstand, sondern es war eine freiwillige Entscheidung, ob man sich zur Wehr setzt, ob man das Risiko eingeht, jeden Tag mit einem Fuß im Leben mit einem anderen im Grab zu stehen. Diese Entscheidung musste jeder selbst treffen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.